Willkommen zu der Besprechung unserer heutigen Handelsideen, präsentiert von Tickmill. Mein Name ist Mike Seil und bevor wir die heutige Präsentation starten, wie immer der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin ist mit Risiken behaftet. Sie riskieren ihr eingesetztes Kapital zu verlieren. Und damit noch einmal ein herzliches Willkommen auch an alle Live-Zuschauer des heutigen Webinares um 9 Uhr. Und ja, ich freue mich darüber, auch Ihre Fragen zu beantworten. Sofern Sie welche haben, scheuen Sie sich nicht, direkt in den Chat hier auf Facebook Ihre Frage, Ihren Wunschmarkt auch hinein zu posten. Und dann werde ich direkt auch innerhalb unserer heutigen Session darauf eingehen. Für all diejenigen, die diese Webinare im Nachgang schauen als Aufzeichnung, Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, die ein oder andere Frage zu stellen. Diese werde ich dann im morgigen Webinar sehr gern für Sie auch bearbeiten. Machen wir weiter, wie wir es immer getan haben, mit der Tagesvorschau und zwar mit den wichtigsten Tagesnachrichten. Heute ist Mittwoch, da stehen einige Nachrichten auch auf der Agenda. Sie sehen es an den Relevanzen, die sehr wichtig sind. Und zwar gibt es um 10.30 Uhr aus Großbritannien die Information zur Produktion des verarbeitenden Gewerbes. Dann der Nachmittag sicherlich deutlich spannender für die Eurozone und auch für den US-Markt. Um 13 Uhr spricht der EZB-Präsident Draghi. Da gibt es wichtige Informationen zur Wirtschaft, zur Zinsentwicklung. Also Dinge, auf die der Markt momentan sehr, sehr gespannt auch wartet. Und um 14.30 Uhr in den USA eine Indikation, wie die Wirtschaft läuft. Der sogenannte Verbraucherpreisindex, die Kernrate für den Monat März. Das sind wichtige Informationen bezüglich der Zinsentwicklung in den USA. Darauf wird dann am Abend auch die FOMC, also das Notenbankgremium der USA eingehen. Um 20 Uhr wird hier das Protokoll entsprechend veröffentlicht. Aber davor um 16.30 Uhr, deutsche Zeit, gibt es noch Informationen zu den aktuellen Rohöl-Lagerbeständen. Sie sehen hier drüben auch die Prognose. Es wird mit einer Abnahme von 0,189 Millionen Bärre gerechnet. Dann gibt es innerhalb dieser genannten Punkte noch ein paar Informationen aus Großbritannien um 10.30 Uhr. Thema Industrieproduktion und Handelsbilanz. Das sind Dinge, die sind hier am Morgen noch zu erwarten. Also die wichtigsten Nachrichten stehen aber definitiv am Nachmittag an. Thema Öl. Wir hatten es gestern auch gesehen. Es ist der Wahnsinn, was der Ölpreis momentan auch macht. Charttechnik, absolut ein Traum. In einer tiefen Korrektur nach oben gedreht. Ich hole gleich mal außerhalb des Protokolls den Ölpreis hier auf den Schirm. Wir sehen es hier wunderbar. Diesen schönen untergeordnet gebildeten Aufwärtstrend, den wir hier im Markt liegen haben. Ich skizziere den für Sie auch gleich nochmal ein. Und wir hatten innerhalb dieses Marktes eine schöne Korrektur im Chart ersichtlich. Schauen Sie sich an, was ich meine. Und hier kam dann die Trendwende unten am Boden bei. Warten Sie, wir haben es gleich. Jetzt passt das Ganze. Na, das Tief hatte die Korrektur bei 61,64 Dollar pro Bärre. Und dann hatten wir diese wunderschöne Umkehrkerze hier im Chart auch ersichtlich. Schauen Sie, diese grüne Kerze hier. Das sind wichtige Dinge. Da schaut man einfach gerne mal in den Stundenchart hinein und prüft, was das Ganze vom Prinzip her im Chart dort auch macht. Und Sie sehen ja, was hier auch gelaufen ist. Jetzt untergeordnet war auch der wichtige Trend hier zu sehen. Und wenn wir hier mal in die Stunde schauen, dann sehen wir auch ganz klar, dieser Markt ist gebrochen. Dieser Abwärtstrend ist vom Markt komplett rausgenommen worden und tendiert jetzt auch sehr schön nach oben. Ist gerade in seiner Korrektur. Also es bleibt hier spannend aus charttechnischer Sicht auf alle Fälle ein sehr überzeugendes Bild, was hier momentan auch abgeliefert wird. Wie es dann weitergeht, wir werden es sehen. Wir stehen mittlerweile relativ nah an den Höchstpreisen. Sie sehen es hier oben um die 66,50 Dollar pro Bärre Öl war das hoch, was wir hier im März gesehen hatten. Nein, entschuldigen Sie, das war im Januar, Ende Januar, was wir hier gesehen haben, bei 66,67 Euro hier oben das hoch in diesem Bereich. Wir werden sehen, was hier oben passiert, ob sich dieser Trend stark fortsetzt. Wir sind gespannt, was hier läuft. Aber auf alle Fälle ist es schön zu sehen, wie die Charttechnik auch beim Öl hervorragend funktioniert und klassisch Ideen auch produzieren kann. Worum geht es heute in der Besprechung meiner Handelsideen? Und zwar habe ich zwei Währungspaare, das US-Dollar-Schweizer-Franken-Paar und Euro-Austral-Dollar. Und dann geht es heute mal wieder um den deutschen Leitindex, den DAX 30. Und diese Werte besprechen wir dann auch direkt einmal in den entsprechenden Chart. Ich beginne, so wie ich es im Blogbeitrag auch gemacht habe, mit dem Währungspaar US-Dollar-Schweizer-Franken. Das lege ich Ihnen auch gleich einmal in zwei Zeiteinheiten hinein. Also das heißt hier in den Tag und in die Stunde. Und da gab es gestern eine sehr spannende Situation im Chart des Tages. Schauen Sie sich hier den aktuellen Trendverlauf an. Wir hatten hier unten in diesem Bereich schon mal darüber gesprochen, dass dieser Abwärtstrend gebrochen wurde. Also dieser vorhergehende Abwärtstrend. Und was daraus geworden ist, das sehen Sie ja jetzt selbst. Wir haben hier einen sehr, sehr schön laufenden Aufwärtstrend. Hier der Markt tendiert wirklich schön nach oben mit interessanten und auch gut zu tradenden Korrekturen und sozusagen Bewegungen im Markt. Also diese Dinge laufen wunderbar. Ich zeichne Ihnen den entsprechenden Trend, den wir hier mal näher beleuchten, auch direkt noch mit ein. Also das heißt, Sie sehen hier auch diese schöne Aneinanderreihung von Bewegungen und Korrekturen. Wirklich schön sauber. Auch teilweise sehr tiefe Korrekturen, dass wir auch genügend Möglichkeiten haben, auch nur ein Stück der Bewegung zu traden. Man muss ja nicht immer den ganzen Trend treten. Wenn die Bewegung tief genug korrigiert hat, beziehungsweise die vorangegangenen Bewegungen tief genug korrigiert wurden, dann ist häufig nach oben auch genügend Platz für kurzfristiges Trading. Und das ist das, was Sie auch hier momentan sehen. Der Markt ist hier hineingelaufen oder herangelaufen bis nah an den Bereich dieser Unterstützung hier. Das letzte Korrekturtief, was wir hier im Markt auch gesehen haben bei 0,95242 in diesem Bereich. Sie sehen hier die Umkehrkerze vom gestrigen Tag. Diese Kerze hat uns gesagt, hey, schau doch einfach mal, lieber Trader, was im Stundenchart hier gerade auch passiert. Und schau mal, ob sich da nicht ein Aufwärtstrend bildet, den du traden kannst. Wenn dieser Aufwärtstrend nämlich in Richtung des übergeordneten Tagestrends läuft, dann ist es hier alles schick. Und es gibt die Möglichkeit, dass diese Kerze hier tatsächlich die Initialkerze für den Beginn der Bewegung auch gewesen ist. Und deswegen schauen wir hier auch gleich noch einmal in die entsprechende Stunde hinein. Und Sie sehen, was hier passiert ist im kleinen Bild. Wir hatten hier die Bewegung, eine Korrektur mit einem entsprechenden Korrekturhoch im Markt. Ich skizziere Ihnen das im Stundenchart auch direkt noch einmal ein. Hier war das Hoch. Entsprechend hatten wir dann noch hier ein neues Tief. Und der Bruch von diesem Korrekturhoch hier in diesem Bereich um die Marke von, wo sind wir hier, knapp 0,95,6 bzw. 0,95,7 in diesem Bereich hat den Bruch gemacht. Heißt jetzt hier, was wir natürlich sehen wollen, ist eine Entstehung des neuen Trends, der dann auch über dieses Widerstandslevel hier in diesem Bereich hier oben drüber hinausläuft. Das heißt, dieses Umkehrsignal auf Tagesbasis muss natürlich erst sozusagen bestätigt werden, damit wir auch sehen, der Markt läuft hier wirklich auch nach oben. Was haben wir dann da, wenn wir hier oben drüber laufen? Na klar, wir haben einen schönen Aufwärtstrend im Chart auch ersichtlich. Und das sind die Dinge, die wir dann traden können. Das heißt, wir haben einen aufwärtstrendierenden Stundentrend und einen wieder aufwärtslaufenden Tagestrend. Und das sind zwei Zeiteinheiten, die dann direkt zusammenhängen, in die gleiche Richtung laufen. Und das kann dann natürlich hier interessant für das Trading sein. Die nächste Unterstützung bzw. nicht Unterstützung, der nächste Widerstand wäre dann hier auch in diesem Bereich, was wir hier oben hatten, um die 0,96,5, 0,96,6 in diesem Bereich hier oben. Das wäre das Nächste, was dann auch angelaufen werden sollte. Und im längerfristigen Bereich dann natürlich hier oben die entsprechend angedeuteten Bereiche, wo wir im vorhergegangenen Trendverlauf auch sehen können, dass dort eventuell Absicherungsorders liegen könnten von Händlern, die den Abwärtstrend auch getradet hatten. Da kommt immer mal wieder Bewegung und Nachfrage in den Markt. Aus diesem Grund ist es gut, solche Dinge auch mit im Portfolio zu haben, dass das Ganze auch beachtet werden kann. Schauen wir uns nun im Folgenden einmal den DAX an. Der Deutsche Light Index für viele Trader sehr, sehr interessant. Auch ein wichtiger Spiegel für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Hier gucken wir mal auf den Tagesschat hinein. Sie sehen ja, wir hatten hier jetzt eine ganze Zeit abwärts tendierende Märkte, also das heißt auch einen stark sichtbaren Abwärtstrend, der momentan sehr, sehr, sehr weit, sehr tief korrigiert ist und steht momentan an einer sehr interessanten und wichtigen Stelle. Weil Sie sehen hier in diesem Bereich um die Punktezahl von, ich mache es nochmal kurz kleiner, um die Punktezahl hier in diesem Bereich, was ich blau markiert habe für Sie, um die knapp 12.500 bzw. hier 12.450, 12.480 in diesem Bereich liegt das letzte Korrekturhoch dieses entsprechenden Abwärtstrends, der hier im Markt auch ersichtlich ist. Das heißt, wird dieser Bereich gebrochen, dann ist erstmal dieser Abwärtstrend nicht mehr aktiv. Wir haben dann zwar noch keinen Aufwärtstrend, keinen bestätigten, aber es ist erstmal ersichtlich, dass dieser nicht mehr gebrochen ist. Jetzt haben wir hier aber noch eine zweite, sehr schöne Information und zwar schauen Sie mal, wir haben hier einen leicht aufwärtstrendierenden Markt. Das ist mal der Trend der Stunde hier nach oben, den man im Tag auch sehr, sehr schön sehen kann. Und wenn sich dieser entsprechend fortsetzt, dann haben wir hier einen Aufwärtstrend, der einen Abwärtstrend gebrochen hat und das ist dann doch eine spannende Situation, die sich hier ergibt, wenn die Märkte wieder positiv tendieren, dann kann es hier durchaus schnell gehen, dass der Markt wieder nach oben läuft. Wichtige Punkte in diesem Bereich wären dann selbstverständlich hier die nächsten Tageshoch, die wir hier haben. Also einmal, wenn wir über diesen Bereich hier oben drüber gehen, um die 12.475, dann haben wir hier noch das Tageshoch vom 28.02., was sehr greifbar liegt bei 12.524. Und dann noch die Tageshochs vom 27. und 26.02. jeweils um 12.600 Punkte. Also das sind Punkte, die liegen sehr nahe an diesem Bereich heran und wenn dort wirklich Dynamik entsteht, dann passiert es häufig, dass der Markt schön schnell auch in diese Punkte reinläuft und hier die Kurse nach oben zieht. Und auf der anderen Seite kann in diesem Bereich natürlich immer wieder das passieren, was in der Vergangenheit auch passiert ist. Wir haben es ja hier auch gesehen innerhalb solcher Widerstandsbereiche. Der Markt kann immer wieder auch nach unten abdrehen. Da liegen dann die nächsten Unterstützungen im Bereich von 12.224 bzw. 12.185. Und hier unten dann am Tief dieses eingezeichneten kleinen blauen Trends bei 12.000 knapp 100 Punkten hier im Markt mit drinnen. So viel hier zum DAX. Und dann schauen wir noch auf das Währungspaar Euro-Austral-Dollar. Auch das in zwei Zeiteinheiten einmal betrachtet. Und zwar im Tag und im Chart bzw. im Blog hatte ich es heute Morgen geschrieben. Ich hatte den Markt für Sie einmal im 15-Minuten-Shot auch abgebildet, weil man da den Trendverlauf am besten mit erkennen kann. Sie sehen hier, was der Markt momentan macht. Er ist in eine sehr tiefe Korrektur entsprechend auch hineingelaufen und dreht momentan auch wieder hervorragend um. Das heißt, wir hatten ja hier entsprechend gesehen, was der Markt macht. Wir haben tief korrigiert in diesen Bereich rein. Hier ist der Markt immer mal wieder nach oben abgesprungen. Und wenn wir hier einmal in die kleineren Zeiteinheiten auch reinschauen, dann sehen Sie, was ich meine, wie das Ganze hier passiert. Ich habe das für Sie hier mal so aufgestaltet, dass wir mal den Tagestrend, den habe ich für Sie mal hier in grün markiert. Also das hier entsprechend ist die Korrektur des Tagestrends. Und was wir hier jetzt sehen ist, das ist Wahnsinn, was hier momentan los ist, als ich die Vorbereitung gemacht habe. Sie sehen, bis wann die Chartbewegung hier ging, dann nimmt der Markt sowas gern auf und läuft steil nach oben und diese Punkte ab. Und schauen Sie, wir sind jetzt hier oben in diesen ersten Bereich sogar schon reingelaufen bei 1,59,885. Hier bleibt es jetzt spannend. Sie sehen, dieser Trend hat sich etabliert und ist jetzt so weit reingelaufen, dass er zum einen diesen Bewegungstrend hier gebrochen hat und natürlich jetzt hier übergeordnet diesen größeren Trend im Endeffekt im Bruch hat. Das heißt, wenn jetzt hier die Korrektur kommt und sich dieser Trend fortsetzt, ist definitiv die Umkehr eingeleitet und das Szenario auf weiter steigende Kurse entsprechend auch eröffnet. Und Sie sehen es hier in diesem Markt mit drinnen. Die nächsten Punkte im Tagesschat liegen dann entsprechend am Tageshoch von gestern bei 1,60,1,91 bzw. dann hier oben entsprechend an diesen Spitzen, die wir haben bei 1,60, knapp 6 und dann hier oben 1,60, 8,64 bzw. 1,61, 1,71 und dann kommen wir hier oben schon am aktuellen Hoch an. Also Sie sehen auch im Währungsbereich immer wieder spannende Möglichkeiten, um Ihre Handelssetups zu machen, in den Markt zu legen und in unterschiedlichen Zeiteinheiten auch zu traden. Sie sehen die Chat-Analyse können Sie ruhig auch auf Tagesbasis machen und was Sie dann traden, bleibt im Endeffekt Ihnen offen. Wenn Sie sehen, die Stunde läuft nach oben, macht sich das auch wunderbar für das Intraday-Trading in den kleineren Zeiteinheiten, 5 oder 10 Minuten. Also die Analysen sind wichtig, damit möchte ich Ihnen mit den Handelsideen auch ein Stück weit unter die Arme greifen, dass Sie weiterhin erfolgreich traden können. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir hören und sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, Ihr Mike Seidel.